In den turbulenten Zeiten des 13. Jahrhunderts in Schottland tauchte ein heftiger und unermüdlicher Krieger auf, der für die Freiheit kämpfte und das unterdrückende Joch der englischen Herrschaft trotzte, Sir William Wallace. Geboren um das Jahr 1270 führte diese legendäre Figur die Schotten in ihrem Kampf um Unabhängigkeit an und ritzte seinen Namen mit seinem unzerbrechlichen Geist und unüberwindbaren Mut in die Geschichte ein. Aber als das Schicksal sich wendete, fand sich der Held der gnadenlosen Mut von König Edward, dem Ersten von England gegenüber, einem Herrscher, der entschlossen war, den schottischen Aufstand zu zerschlagen. Am 23. August 1305 traf den einst großen Krieger ein grausames und brutales Ende, unterzogen der schrecklichen Folter des Hängens, Ziehens und Vierteilens. Wallaces zerschmetterte Überreste wurden als erschreckende Warnung an diejenigen ausgestellt, die es wagten, die englische Krone herauszufordern. Wie der schottische Dichter Robert Burns so eloquent schrieb, legt die stolzen Usurpatoren nieder, Tyrannen fallen in jedem Feind, Freiheit ist in jedem Schlag, lasst uns tun oder sterben. Begleiten Sie uns, während wir uns in das Leben und die tragische Hinrichtung von William Wallace vertiefen und die außergewöhnliche Geschichte eines Mannes erkunden, der zum Symbol für Freiheit und Widerstand wurde. Willkommen im Tagebuch von Julius Cäsar. Die Anfänge eines Helden. Die Entstehung von William Wallace. Geboren im späten 13. Jahrhundert um 1270, war das frühe Leben von William Wallace eine faszinierende Reise, die den Weg für seinen legendären Status als schottischer Freiheitskämpfer ebnete. Die genauen Details seiner Geburtsstätte und Erziehung werden unter Historikern immer noch diskutiert. Jedoch wird allgemein angenommen, dass er in eine Familie des geringen schottischen Adels geboren wurde, die Wallaces von Eldersley, in dem, was heute die Stadt Renfrewshire ist. Wallaces Vater, Sir Malcolm Wallace, war ein kleiner Grundbesitzer und ein Ritter, während seine Mutter, Margaret, eine willensstarke Frau war, deren Einfluss auf den jungen Wallace tiefgreifend war. Aufgewachsen in einer Zeit, in der die Spannungen zwischen Schottland und England hoch waren, wurde Wallace mit einer tiefen Liebe zu seiner Heimat und einem starken Gerechtigkeitssinn erzogen. Der noble Stand seiner Familie ermöglichte es ihm, eine angemessene Ausbildung zu erhalten, die das Lesen und Schreiben sowie die Beherrschung der Kampfkunst einschloss. Es wird gesagt, dass William besonders geschickt im Umgang mit dem Langbogen und dem Schwert war, dank seiner beeindruckenden Statur, nach einigen Berichten war er sechs Fuß sieben Zoll groß. Diese Fähigkeiten sollten sich später als unbezahlbar erweisen in seinem Kampf gegen die englische Tyrannei. Wallaces Kindheit wurde auch geprägt durch die Geschichten und Legenden seiner Vorfahren, die in früheren Zeiten für die schottische Freiheit kämpften. Ein solcher Vorfahre war Richard Wallace, der angeblich an der Seite von König David dem Ersten im 12. Jahrhundert kämpfte. Das junge Leben von Wallace nahm eine dramatische Wendung im 1286, als Schottlands König Alexander III. plötzlich starb und keinen direkten Thronerben hinterließ. Das daraus resultierende Machtvakuum führte zu einer Phase politischer Instabilität, bekannt als große Ursache, in der verschiedene schottische Adelige um die Kontrolle rangen. In der Erwartung einer Chance, seine Herrschaft auszudehnen, schritt Englands König Edward I. ein, um den Nachfolgestreit zu schlichten und setzte schließlich seine eigene Wahl, John Balliol, als König von Schottland durch. Aber Edwards Ambitionen hörten nicht dort auf. Er begann, die schottische Monarchie zu untergraben, forderte Treue von ihren Adeligen und versuchte, Kontrolle über das Land auszuüben. Dieser wachsende englische Einfluss schürte den Unmut B. vielen Schotten, einschließlich Wallace und seiner Familie. Im 1296 fielen Edwards Truppen in Schottland ein und begannen den Ersten Krieg um die schottische Unabhängigkeit. Diese Invasion sollte der Katalysator für Wallace's Verwandlung in einen nationalen Helden sein. Eine Geschichte aus Wallace's früheren Leben, die seinen starken Gerechtigkeitssinn und seine Trotzhaltung gegen die englische Herrschaft verdeutlicht, betrifft eine Begegnung mit englischen Soldaten. Bei einem Besuch in der Marktstadt Lanark geriet der junge Wallace in einen Streit mit einer Gruppe englischer Soldaten über den Preis eines Fisches. Die Situation eskalierte und Wallace, ein Experte im Kampf, tötete einen der Soldaten, bevor er die Szene flüchtete. Dieser Vorfall wurde zur lokalen Legende und trug zu Wallace's wachsendem Ruf als Verteidiger der schottischen Rechte B. Ein weiterer faszinierender Aspekt von Wallace's Leben war seine Beziehung zu Marion Braidfield, der Tochter eines schottischen Adligen. Obwohl wenig über ihre gemeinsame Zeit bekannt ist, wird angenommen, dass das Paar heimlich heiratete, und ihre Liebesgeschichte wurde zu einem integralen Bestandteil der Legende von Wallace. Tragischerweise wurde Marion von den Engländern gefangen genommen und hingerichtet, was Wallace's Entschlossenheit, für die schottische Freiheit zu kämpfen, weiter anheizte. Als junger Mann sah Wallace seine Landsleute unter englischer Unterdrückung leiden und er wurde zunehmend desillusioniert von der passiven Reaktion des schottischen Adels. Diese Frustration, kombiniert mit seinem starken Gerechtigkeitssinn, seiner kriegerischen Fähigkeiten und den Legenden seiner Vorfahren, würde ihn letztlich dazu inspirieren, die Waffen gegen die Engländer zu erheben. Seine frühen Lebenserfahrungen formten ihn zu dem furchtlosen Anführer, der die Schotten vereinigen und einen der bedeutendsten Siege in der schottischen Geschichte orchestrieren würde. Eine Flamme entzündet, die trotzig Handlung, die eine Rebellion entfachte. Der Wendepunkt in William Wallace's Leben kam im Mai 1297, als die Ermordung des englischen Sheriffs William Heselrich in der schottischen Stadt Lanark den Beginn von Wallace's Rebellion gegen die englische Herrschaft auslöste. Die Geschichte dieses transformativen Ereignisses, tief verwurzelt in historischer Tatsache und Legende, enthüllt eine Geschichte von persönlicher Tragödie, brennendem Groll und einem Durst nach Rache, der eine Nation unter einem unbezwingbaren Führer vereinen würde. Es wird gesagt, dass Wallace vor der tödlichen Begegnung unter einer angenommenen Identität in Lanark gelebt hatte und versuchte ein niedriges Profil zu halten, während er heimlich Unterstützung für seine Sache sammelte. Sein Leben hatte eine tragische Wendung genommen mit der brutalen Hinrichtung seiner Frau, Marion Braidfude, die von den Engländern wegen Unterstützung eines Flüchtigen gefangen genommen worden war. Wütend über den Verlust seiner Geliebten suchte Wallace Rache an dem dafür verantwortlichen Mann, dem grausamen und rücksichtslosen englischen Sheriff William Heselrich. Heselrich war eine besonders brutale Figur, bekannt für seine harten Methoden der Durchsetzung der englischen Herrschaft und der Unterwerfung des schottischen Volkes. Er war berüchtigt dafür, schwere Steuern zu erheben, schottisches Land zu beschlagnahmen und schreckliche Strafen gegen diejenigen zu verhängen, die es wagten, sich ihm zu widersetzen. Als Vertreter des Unterdrückungsregimes von König Edward, dem Ersten, wurde Heselrich zu einem Symbol für alles, was Wallace verabscheute. Im Dunkel der Nacht schmiedeten Wallace und eine kleine Gruppe treuer Anhänger einen kühnen Plan, um die Stadt Lanark zu infiltrieren und Heselrich zu ermorden. Unter dem Schutz der Schatten kletterten sie über die Mauern der Stadt und vermieden die wachsamen Augen der englischen Wachen. Einmal drinnen teilte sich die Gruppe auf, wobei einige Mitglieder eine Ablenkung schufen, um die Wachen von Heselrichs Residenz wegzulocken. Wallace, zusammen mit seinen vertrauten Verbündeten, machte sich auf den Weg zu den Quartieren des Sheriffs. Bei der Entdeckung von Heselrich entstand eine heftige Auseinandersetzung. Wallace und seine Männer kämpften tapfer, ihre Herzen angetrieben von dem Wunsch nach Gerechtigkeit und Vergeltung. Es wird gesagt, dass Wallace selbst den tödlichen Schlag gegen Heselrich ausführte, rechte den Tod seiner Frau und schlug einen mächtigen Schlag gegen die englischen Unterdrücker. Das Attentat auf Heselrich schickte Schockwellen durch Schottland und England gleichermaßen. Für das schottische Volk war es eine symbolische Handlung des Trotzes, die zeigte, dass die Engländer ihre Macht nicht ohne Konsequenzen ausüben konnten. Wallace's kühne Vergeltungsaktion fand bei vielen Schotten, die es leid waren, unter dem Joch der englischen Tyrannei zu leben, Anklang. In der Folge der Ermordung von Heselrich verbreitete sich Wallace's Ruf als kühner und furchtloser Führer wie ein Lauffeuer im ganzen Land. Männer aus allen Lebensbereichen strömten herbei, um sich seiner Sache anzuschließen, angetrieben von einem gemeinsamen Unrechtssinn und einem Wunsch nach Freiheit. Wallace's Bande von Rebellen wuchs schnell zu einer beachtlichen Kraft heran, die einen Guerillakrieg gegen die englischen Besatzer führte und Angst in die Herzen ihrer Unterdrücker einflößte. Der Tod von Heselrich zog auch die Aufmerksamkeit von König Edward I. auf sich, der die von Wallace und seiner wachsenden Armee ausgehende Bedrohung sehr ernst nahm. Als Reaktion darauf befahl der englische König eine brutale Niederschlagung der schottischen Rebellion und schickte seine Truppen, um den Aufstand zu unterdrücken und seinen Anführer zu fangen. Trotz eines gut ausgebildeten und schwer bewaffneten Feindes sollten Wallaces Entschlossenheit und Findigkeit sich als ein beachtliches Match für die englischen Streitkräfte erweisen. Die Kunst der Rebellion. Wallaces Meisterschaft in Krieg und Strategie. In den Aufzeichnungen der Geschichte gab es nur wenige militärische Führer, die so innovativ und einfallsreich waren wie William Wallace. Als er seinen Guerillakrieg gegen die unterdrückende englische Herrschaft führte, zeigte Wallace eine unheimliche Fähigkeit, seine Strategien und Taktiken an die Herausforderungen anzupassen, denen er gegenüberstand. Indem er sein umfangreiches Wissen über das schottische Gelände, sein tiefes Verständnis für militärische Strategie und seine charismatische Führung kombinierte, erzielte Wallace gegen alle Widerstände beeindruckende Siege, wobei die Schlacht von Stirling Bridge eines der bemerkenswertesten Beispiele ist. In den Monaten nach der Ermordung von William Heselrich wuchsen Wallaces Truppen an Stärke und Zahl. Seine unbeugsame Hingabe an die Sache der schottischen Freiheit zog gleichgesinnte Patrioten aus dem ganzen Land an. Wallace war sich jedoch bewusst, dass er für einen dauerhaften Erfolg mehr als nur eine heftige Entschlossenheit benötigte. Er brauchte einen strategischen Verstand, der die gut organisierte und schwer bewaffnete englische Armee überlisten konnte. Wallace war auch bekannt für seinen innovativen Einsatz von Guerillakriegstechniken, wie Hinterhalten, Hit-and-Run-Angriffen und der Nutzung lokaler Kenntnisse, um die englischen Versorgungslinien zu belästigen und zu stören. Diese Taktiken erlaubten es seiner kleineren Truppe, erheblichen Schaden beim Feind anzurichten, ohne sich in eine groß angelegte offene Schlacht zu begeben, die fast sicher den Engländern zugute gekommen wäre. Ein weiterer Aspekt von Wallaces Führung war seine Bereitschaft, aus seinen Fehlern zu lernen und seine Strategien entsprechend anzupassen. Nach der katastrophalen Niederlage in der Schlacht von Falkirk im Jahr 1298 erkannte Wallace die Notwendigkeit einer stärker vereinten und organisierten schottischen Widerstandsbewegung. Er trat als Wächter von Schottland zurück und ermöglichte die Ernennung von gemeinsamen Wächtern, Robert I. und John Comyn, die beide entscheidende Rollen auf dem Weg Schottlands zur Unabhängigkeit spielen würden. Die Wende. Entschlüsselung der Meisterschaft hinter der Schlacht von Stirling Bridge. Die Schlacht von Stirling Bridge steht als Zeugnis für William Wallaces militärisches Genie und den unbezwingbaren Geist des schottischen Volkes. Sie fand am 11. September 1279 statt und sollte den Verlauf des Ersten Krieges um die schottische Unabhängigkeit für immer verändern, Wallaces Platz in der Geschichte als listiger Stratege und Symbol schottischer Widerstandsfähigkeit festigen. Um die Brillanz dieser Schlacht vollständig zu würdigen, ist es unerlässlich, sich in die komplexen Details zu vertiefen, die zum triumphalen Sieg der Schotten führten. Als die Dämmerung an diesem schicksalhaften Tag anbrach, bereitete sich die englische Armee, angeführt von John de Warren, Graf von Surrey, und Hugh de Cressingham darauf vor, den schottischen Truppen gegenüberzutreten, die von William Wallace und Andrew Moray befehligt wurden. Die Engländer waren zuversichtlich in ihre überlegenen Zahlen gut ausgebildeten Truppen und die einschüchternde Präsenz ihrer gefürchteten Kavallerie. Doch ohne ihr Wissen hatte Wallace einen Plan ausgetüftelt, der ihre eigenen Stärken gegen sie verwenden würde. Die Bühne für diesen epischen Zusammenstoß wurde am Fluss Forth in der Nähe der Stadt Stirling aufgebaut. Wallaces scharfes Auge für das Gelände hatte einen kritischen Engpass identifiziert, die schmale, hölzerne Stirlingbrücke, die die englischen Truppen überqueren mussten, um die Schotten anzugreifen. Während die Engländer ihren vorsichtigen Vormarsch über die Brücke begannen, warteten die schottischen Truppen geduldig, versteckt unter den Bäumen und Hügeln, die den Fluss umgaben. Wallaces Strategie beruhte auf tadellosem Timing. Er wusste, dass der Schlüssel zum Sieg darin bestand, genau in dem Moment zuzuschlagen, in dem die Engländer am verletzlichsten waren. Während die englischen Truppen langsam ihren Weg über die Brücke machten, wurde ihre Formation auseinandergerissen und unorganisiert. Sobald ein erheblicher Teil der englischen Truppen überquert hatte, nutzte Wallace die Gelegenheit, um einen verheerenden Überraschungsangriff zu starten. Mit einem donnernden Schlachtruf stürmten die schottischen Truppen von ihren verborgenen Positionen herunter. Und überwältigten schnell die unvorbereiteten englischen Soldaten. Die engen Grenzen des Schlachtfeldes, eingegrenzt durch den Fluss und die Brücke, machten es den Engländern nahezu unmöglich, sich neu zu formieren oder den schottischen Angriff effektiv abzuwehren. Das Ergebnis war ein Massaker, bei dem die verbleibenden englischen Truppen entweder niedergemacht oder in den Fluss getrieben wurden, wo viele unter dem Gewicht ihrer Rüstung ertranken. Wallaces meisterhafte Durchführung dieses Hinterhalts war nicht nur ein Schaufenster seiner strategischen Klugheit, sondern auch ein Beweis für seine Fähigkeit, seine Truppen zu inspirieren und zu vereinen. Die Schotten kämpften mit einer Wildheit und Entschlossenheit, die ihre zahlenmäßige Unterlegenheit Lügen strafte, angetrieben von der Erkenntnis, dass ihr Anführer an ihrer Seite stand und ihren Kampf um die Freiheit teilte. Es wird gesagt, dass Wallaces während der Schlacht mit der gleichen Intensität wie seine Männer kämpfte und dabei ein massives Zweihandschwert schwang, das später zum Symbol seines legendären Status werden sollte. Das Nachspiel der Schlacht von Stirling Bridge war ein durchschlagender Sieg für die schottischen Truppen. Die englische Armee erlitt schwere Verluste und war gezwungen, sich zurückzuziehen. Dieser verblüffende Triumph versetzte der englischen Moral einen erheblichen Schlag und sendete eine klare Botschaft aus, dass die Schotten nicht leicht zu unterwerfen wären. Der Sieg katapultierte auch Wallace in die Aufzeichnungen der Geschichte und brachte ihm weite Bekanntheit als brillanter militärischer Führer und Verteidiger der schottischen Unabhängigkeit. In den folgenden Jahren würde die Schlacht von Stirling Bridge als Wendepunkt im Kampf um die schottische Freiheit in Erinnerung bleiben. Sie diente als Weckruf für die Schotten und stärkte ihren Kampf gegen die englische Unterdrückung. Ein Nationenherzschlag. Das andauernde Erbe der Erklärung von Arbroth. In den Aufzeichnungen der schottischen Geschichte halten nur wenige Dokumente eine so große Bedeutung wie die Erklärung von Arbroth. Dieses bemerkenswerte Testament des unbezwingbaren Geistes einer Nation erklärte nicht nur Schottlands Unabhängigkeit, sondern erkannte auch William Wallace als Beschützer und Champion des schottischen Volkes an. Um das anhaltende Erbe dieses Dokuments vollständig zu würdigen, müssen wir zurückreisen zu den turbulenten Tagen des Jahres 1320, als der Kampf um die schottische Freiheit auf seinem Höhepunkt war. Während der Erste Krieg um die schottische Unabhängigkeit tobte, sehnte sich das schottische Volk nach Anerkennung und Bestätigung seiner Souveränität. Dieser Wunsch gipfelte in der Ausarbeitung der Erklärung von Arbroth, einem kraftvollen und eloquenten Brief, der an Papst Johannes der 22. gerichtet war. Unter der Leitung von Bernhard von Kilwinning, dem Abt von Arbroth und Kanzler von Schottland, wurde die Erklärung von einer Gruppe schottischer Adeliger, Äbte und Bischöfe verfasst, um die unerschütterliche Entschlossenheit der schottischen Nation zu vermitteln, ihre Unabhängigkeit zu bewahren und der englischen Unterwerfung zu widerstehen. Die Erklärung von Arbroth ist nicht nur wegen ihrer leidenschaftlichen Prosa bemerkenswert, sondern auch wegen ihrer ausdrücklichen Anerkennung von William Wallace's Rolle im Kampf um die schottische Freiheit. Obwohl Wallace von den Engländern gefangen genommen und brutal hingerichtet wurde im Jahr 1305, lebte sein Andenken als Symbol des Widerstands und der Widerstandsfähigkeit weiter. Die Erklärung verewigte seinen Namen, indem sie ihn als Beschützer unserer Nation bezeichnete und seine entscheidende Rolle, B. der Gestaltung des Schicksals Schottlands, anerkannte. Eine der bemerkenswertesten Aspekte der Erklärung von Arbroth ist ihre Betonung der Souveränität des Volkes. Das Dokument behauptet, dass die Adeligen und anderen Unterzeichner die Pflicht haben, die Freiheit und Rechte der schottischen Nation zu schützen und zu verteidigen, auch wenn das bedeutet, sich gegen ihren eigenen König zu stellen. Diese revolutionäre Idee, die den kollektiven Willen des Volkes über die Interessen eines einzelnen Herrschers stellte, sollte zukünftige demokratische Bewegungen und politisches Denken beeinflussen. Die eloquente und mitreißende Sprache der Erklärung ist zum Synonym für den schottischen Kampf um die Unabhängigkeit geworden. Diese kraftvolle Aussage fängt das Wesen des schottischen Geistes und ihren unbrechbaren Willen, für ihre Freiheit zu kämpfen, ein. Das Erbe der Erklärung von Arbroth besteht bis heute fort, nicht nur als Zeugnis des Kampfes des schottischen Volkes um Unabhängigkeit, sondern auch als Erinnerung an die Macht des geschriebenen Wortes. Die eloquente Sprache und der leidenschaftliche Aufruf zur Freiheit und Gerechtigkeit des Dokuments sprechen weiterhin Leser auf der ganzen Welt an. In vielerlei Hinsicht kann die Erklärung als früher Vorläufer anderer einflussreicher Dokumente gesehen werden, wie der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die beide Inspirationen aus dem schottischen Beispiel zogen. In den Jahren nach der Ausarbeitung der Erklärung von Arbroth ging der Kampf Schottlands um Unabhängigkeit weiter und gipfelte im Vertrag von Edinburgh-Northampton im Jahr 1328, der Schottland als unabhängige Nation anerkannte. Obwohl das Dokument die schottische Unabhängigkeit nicht sofort sicherte, festigte es den Willen der Nation und diente als Aufruf für kommende Generationen. Schatten des Verrats, die herzzerreißende Geschichte von Wallases Verrat und Gefangennahme. In der turbulenten Sage von William Wallases Leben ist eines der bewegendsten und tragischsten Kapitel sein Verrat und seine Gefangennahme. Trotz seiner beispiellosen Hingabe an die Sache der schottischen Unabhängigkeit war Wallases Weg letztendlich geprägt von Täuschung, Herzschmerz und dem düsteren Schatten des Verrats. Die erschütternde Geschichte von Wallases Niedergang durch die Hand eines einst vertrauten Verbündeten, Sir John Manteith, dient als düstere Erinnerung an die prekäre Natur von Loyalität und Ehre in Zeiten der Not. Nach der Niederlage in der Schlacht von Falkirk im Jahr 1298 begann Wallases Glück zu schwinden. Er hatte seinen Posten als Beschützer von Schottland aufgegeben und obwohl er weiterhin eine formidable Kraft im andauernden Kampf für die schottische Freiheit war, war er nun ein gesuchter Mann. Die Engländer, angeführt von König Edward I., waren entschlossen, die Bedrohung, die der legendäre Freiheitskämpfer darstellte, zu fangen und zu neutralisieren. Mit der Schlinge, die sich um ihn herum anzog, war Wallases gezwungen, ein Leben auf der Flucht zu führen, immer einen Schritt voraus vor seinen unerbittlichen Verfolgern. Es war im Sommer des Jahres 1305, dass Wallases Glück endgültig ausging. Sir John Menteeth, ein schottischer Adeliger, der einst ein Verbündeter von Wallace war, wandte sich gegen ihn. Menteeths Motive, Wallace zu verraten, bleiben ein Mysterium und sind Gegenstand von Spekulationen, doch es wird weithin angenommen, dass er dies im Austausch für Land, Titel und die Gunst der englischen Krone tat. Dieser verhängnisvolle Akt des Verrats würde letztendlich Wallases Schicksal besiegeln und zu seiner Gefangennahme und anschließenden Hinrichtung führen. Die Ereignisse, die zu Wallases Gefangennahme führten, sind ebenso dramatisch, wie sie tragisch sind. Am 3. August des Jahres 1305 stellte Menteeth auf Grundlage von Informationen, die ihm von einem Verräter in Wallases innerem Kreis zur Verfügung gestellt wurden, eine Falle für den ahnungslosen Freiheitskämpfer in der Nähe von Roe-Broyston, etwas außerhalb von Glasgow. Als Wallace und seine kleine Gruppe von Anhängern an dem vorher vereinbarten Treffpunkt eintrafen, wurden sie plötzlich von Menteeths Truppen überfallen. Überrascht und in der Unterzahl kämpften Wallace und seine Männer tapfer, wurden aber letztendlich überwältigt. Im Nachgang des Gefechts wurde Wallace in Gewahrsam genommen und in Ketten gelegt, sein legendäres Schwert als Symbol seiner Niederlage konfisziert. Er wurde dann nach London transportiert, wo er dem Zorn von König Eduard, dem ersten und der vollen Wucht des englischen Rechtssystems, ausgesetzt war. Die Reise nach Süden war lang und mühselig, wobei Wallace auf dem Weg durch die Straßen verschiedener Städte als düstere Erinnerung an die Konsequenzen von Rebellion paradiert wurde. Bei seiner Ankunft in London wurde Wallace einem Schauprozess unterzogen, in dem er des Hochverrats und der Verbrechen gegen die englische Krone angeklagt wurde. Trotz der überwältigenden Widerstände gegen ihn, behielt Wallace während des gesamten Verfahrens seine Würde und seinen Mut und weigerte sich, die Autorität des englischen Gerichts über ihn anzuerkennen. Es wird gesagt, dass er verkündet hat, ich kann kein Verräter sein, denn ich schulde ihm keine Treue. Er ist nicht mein Souverän, er hat nie meinen Huldigungseid erhalten und solange das Leben in diesem verfolgten Körper ist, wird er ihn nie erhalten. Trotz seiner leidenschaftlichen Verteidigung wurde Wallace für schuldig befunden und zu einer grässlichen und brutalen Hinrichtung verurteilt. Am 23. August des Jahres, 1305, wurde er durch die Straßen von London zur Städte seiner Hinrichtung in Smithfield geschleift. Dort wurde er der grausamen Strafe des Hängens, Ausweidens und Verteilens unterzogen. Seine Überreste wurden im ganzen Reich zur Schau gestellt, als Warnung an diejenigen, die es wagen würden, die englische Krone herauszufordern. Im Schatten der Krone, der ungerechte Prozess und politisch motivierte Anklagen gegen William Wallace. Im Herzen von London, innerhalb der Mauern der Westminster Hall, hing das Schicksal von William Wallace in der Schwebe. Der Prozess, der hier im Spätsommer des Jahres 1305 stattfand, war ebenso ein theatralisches Spektakel wie ein juristisches Verfahren. Die gegen Wallace erhobenen Anklagen waren berechnet und von politischen Motiven durchdrungen, da die englische Krone ein Exempel an dem legendären schottischen Freiheitskämpfer statuieren wollte. Dieses tragische Kapitel im Leben von Wallace steht als Zeugnis dafür, wie weit die Mächtigen gehen werden, um ihren Griff auf die Autorität zu behalten. Von Anfang an war der Prozess darauf ausgelegt, Wallace als gefährlichen und verräterischen Rebellen darzustellen. Bei seiner Ankunft in London wurde er durch die Straßen geführt, während er einen Kranz aus Eichenblättern trug, was seinen Status als König der Gesetzlosen symbolisierte. Diese öffentliche Demütigung war eine klare Botschaft an das Volk. Diejenigen, die es wagten, die Macht der englischen Krone herauszufordern, würden ein ebenso unrühmliches Ende erleiden. Die Anklagen gegen Wallace waren zahlreich und schwerwiegend, darunter Hochverrat, Mord und Gräueltaten gegen Zivilisten. Die bedeutendste und umstrittenste dieser Anklagen war jedoch die des Hochverrats. Es war eine Anklage, die Wallace vehement bestritt und argumentierte, dass er nie dem König Edward dem Ersten Treue geschworen hatte und daher nicht als Verräter betrachtet werden könne. Seine Verteidigung fiel auf taube Ohren, da das englische Gericht entschlossen war, eine Verurteilung zu erlangen, die die brutale Strafe rechtfertigen würde, die ihm bevorstand. Die politischen Motivationen hinter dem Prozess waren offensichtlich in der Durchführung des Verfahrens. Wallace wurde das Recht auf rechtliche Vertretung verweigert, noch durfte er Zeugen zu seiner Verteidigung aufrufen. Die Staatsanwaltschaft hingegen wurde ein breiter Spielraum gewährt, um Beweise vorzulegen, von denen viele von zweifelhafter Glaubwürdigkeit waren. Das Urteil war eine ausgemachte Sache, wobei der vorsitzende Richter, Oberrichter Sir Peter Mallory, eine deutliche Voreingenommenheit gegen den Angeklagten zeigte. Der Prozess diente auch dazu, der englischen Krone die Gelegenheit zu geben, eine Botschaft an das schottische Volk und die Adligen, die ihre Sache unterstützten, zu senden. Indem er an Wallace ein Exempel statuierte, hoffte König Edward I., alle verbliebenen Hoffnungen auf Rebellion zu zerstreuen und seine Kontrolle über die Region zu festigen. In diesem Sinne war der Prozess ebenso ein politisches Manöver wie ein juristisches. Einer der bewegendsten Momente des Prozesses kam, als Wallace in seiner Verteidigung leidenschaftlich erklärte, Diese mutige und trotzig Aussage, die angesichts des sicheren Todes gemacht wurde, sollte als ein Emblem für den unzerbrechlichen Geist des schottischen Volkes in Erinnerung bleiben. Der Prozess gipfelte letztendlich in einem Schuldspruch und einer Hinrichtung durch Hängen, Ausweiden und Vierteilen. Diese brutale Strafe, die darauf abzielte, maximales Leiden zuzufügen, war eine drastische Erinnerung an das Schicksal, das diejenigen erwartete, die die Autorität der englischen Krone herausforderten. Märtyrers Qual, das grausame Ende und das ewige Vermächtnis von William Wallace. Als die Sonne über London am 23. August des Jahres 1305 aufging, hing ein eisiger Nebel der Angst und Trauer in der Luft. Das düstere Gespenst des Todes schwebte bedrohlich, als die Stadt sich darauf vorbereitete, der Hinrichtung von William Wallace, dem legendären schottischen Freiheitskämpfer, beizuwohnen. Was ihn erwartete, war kein schnelles oder gnädiges Ende, sondern ein grausames Spektakel der Folter, das darauf abzielte, den Geist des schottischen Volkes zu brechen und jeden abzuschrecken, der es wagte, die eiserne Faust der englischen Krone herauszufordern. Die Schrecken dieses verhängnisvollen Tages begannen mit Wallaces Reise vom Tower of London zum Hinrichtungsplatz in Smithfield. Gefesselt und gekettet wurde er auf einem Schleifgestell, einem groben, hölzernen Gestell, auf dem zum Tode verurteilte Gefangene transportiert wurden, durch die Straßen gezogen. Das Spott und die Beschimpfungen der versammelten Menge erfüllten die Luft, als der einst stolze Krieger wie ein gewöhnlicher Verbrecher durch die Stadt geführt wurde. Bei seiner Ankunft in Smithfield wurde Wallace einer Reihe von entsetzlichen Folterungen unterzogen, die darauf abzielten, sein Leiden zu maximieren. Die erste davon war das Hängen, bei dem er mit dem Hals von einem Galgen aufgehängt wurde, bis er kurz vor dem Tod stand. Gerade als die Dunkelheit begann, sich um ihn zu schließen, wurde er heruntergeschnitten. Das Seil hinterließ seine grausame Spur an seiner Kehle. Aber die Qual hatte gerade erst begonnen. Als nächstes wurde Wallace gerädert, ein brutaler Prozess, bei dem sein Körper an einen hölzernen Rahmen gebunden und bis an seinen Bruchpunkt gestreckt wurde. Während seine Gliedmaßen gegen die unnachgiebigen Fesseln drückten, wurden die Sehnen und Bänder in ihnen an den Rand des Risses gedrängt. Doch selbst das reichte nicht aus, um den Blutdurst der Henker zu stillen. Mit Wallaces gebrochenem und zerschlagenem Körper gingen sie zur endgültigen und grausamsten Stufe der Strafe über, das Vierteilen. Sein Bauch wurde aufgeschnitten und seine Eingeweide wurden entfernt, während er noch am Leben war. Dann wurden mit einer Reihe von schnellen und brutalen Schlägen seine Gliedmaßen von seinem Körper getrennt. Als das Leben langsam aus Wallaces Augen wich, wurden seine Überreste für alle zur Schau gestellt. Sein Kopf wurde auf einen Pfahl auf der Londoner Brücke gesetzt, während seine Gliedmaßen an verschiedene Ecken des Reiches geschickt wurden, als grausame Erinnerung an das Schicksal, das diejenigen erwartete, die es wagten, die englische Krone herauszufordern. Echos der Freiheit, das anhaltende Vermächtnis und die zeitlose Symbolik von William Wallace. In den Geschichtsbüchern haben nur wenige Figuren die Vorstellungskraft und die Herzen einer Nation so sehr erobert wie William Wallace. Seine unerschütterliche Hingabe an die Sache der schottischen Unabhängigkeit, seine militärische Stärke und sein tragisches und brutales Ende haben ihn zu einem Symbol des Nationalismus und Widerstandes gegen die englische Herrschaft gemacht. Mit dem Vergehen der Jahrhunderte wurde seine Geschichte von Generation zu Generation weitergegeben. Sein Geist lebt weiter als Emblem des unbeugsamen Geistes des schottischen Volkes. In den Jahren nach Wallaces Tod wuchs seine Legende nur noch weiter. Seine Akte des Widerstandes und seine unerbittliche Entschlossenheit, seine Heimat von der englischen Unterdrückung zu befreien, fanden Anklang beim schottischen Volk. Während der Kampf um die Unabhängigkeit weiterging, diente die Erinnerung an Wallace als Sammelruf und inspirierte unzählige andere dazu, die Waffen zu ergreifen und für die Sache zu kämpfen, die er so tapfer verteidigt hatte. Es war nicht nur im Hitze des Gefechts, dass Wallaces Vermächtnis weiterlebte, sondern auch im Bereich der Kunst und Kultur. Die Geschichten von seinem Heldentum und Opfer inspirierten Generationen von Dichtern, Schriftstellern und Künstlern, die seine Taten in Prosa, Poesie und Liedern verewigten. Vom EPO's The Wallace, verfasst vom 15. Jahrhundert, Dichter Blind Harry, bis zum ikonischen Film Braveheart aus dem Jahr 1995, wurde Wallaces Geschichte immer wieder erzählt und seine Figur und sein Geist tief in die Identität der Schotten eingeschrieben. Aber Wallaces Einfluss reicht über die Welt der Literatur und des Kinos hinaus. Seine Geschichte hat sich auch mit den Symbolen und Ritualen vermischt, die den schottischen Nationalismus definieren. Das Wallace-Schwert, eine massive fünf Fuß lange Waffe, die dem legendären Krieger zugeschrieben wird, ist zu einem Symbol des schottischen Stolzes und der Stärke geworden und wird prominent im nationalen Wallace-Denkmal in Stirling ausgestellt. Jedes Jahr zollen tausende von Besuchern diesem anhaltenden Zeichen des Widerstands und der Auflehnung Tribut. Auch die Geschichte von Wallace ist Teil des politischen Lebens in Schottland geworden. Im Laufe der Jahrhunderte wurde sein Name von denen in den Mund genommen, die für mehr Autonomie und Unabhängigkeit der Nation plädieren. In der modernen Ära, in der die schottische Nationalpartei immer mehr an Bedeutung und Unterstützung gewinnt, hat die Erinnerung an Wallace weiterhin dazu beigetragen, die Diskussion über die schottische Selbstbestimmung zu prägen und zu informieren. Ein Turm der Erinnerung, das nationale Wallace-Denkmal und seine geschätzten Relikte. Hoch oben auf den rauen Klippen von Abby Craig thront das nationale Wallace-Denkmal als majestätisches Tribut an die Erinnerung an Schottlands großen Helden, William Wallace. Dieser hochragende Sandsteinspitz, dessen Spitze den Himmel auf 220 Fuß durchsticht, dient als anhaltendes Symbol für den Kampf um die schottische Unabhängigkeit und als Zeugnis für den unbeugsamen Geist des legendären Freiheitskämpfers. Erbaut im 19. Jahrhundert wurde das Fundament des Denkmals am 24. Juni 1861, dem Jahrestag von Wallace's berühmtem Sieg in der Schlacht von Stirling Bridge, gelegt. Entworfen vom renommierten Architekten John Thomas Rotchet erweisen die komplizierten Schnitzereien und gotischen Revival-Style des Bauwerks der reichen Geschichte und dem kulturellen Erbe des schottischen Volkes ihre Referenz. Wenn Besucher die 246 Stufen des Denkmals erklimmen, werden sie von einer Reihe von Ausstellungsräumen begrüßt, die einen Schatz an Artefakten und Relikten aus Wallace's Leben und Zeiten beherbergen. Unter diesen wertvollen Gegenständen befindet sich das berühmte Wallace-Schwert, eine massive 5 Fuß lange Waffe, die man glaubt, vom legendären Krieger selbst geschwungen worden zu sein. Diese formidable Klinge mit ihrer historischen Vergangenheit und symbolischen Bedeutung dient als greifbare Verbindung zwischen der Gegenwart und den fernen Tagen von einst. Ihr Stahl flüstert Geschichten von gewonnenen Schlachten und besiegten Feinden. Die Wände des Denkmals zeigen auch eine Reihe von komplizierten Buntglasfenstern, die jeweils eine Szene aus Wallace's Leben oder eine Figur aus der schottischen Geschichte darstellen. Wenn das Sonnenlicht durch die lebhaften Scheiben filtert und kaleidoskopische Muster auf den Steinboden wirft, ist die Luft erfüllt von Ehrfurcht und Staunen, als ob die Geister der Vergangenheit Zeugnis von dem anhaltenden Kampf um Freiheit und Selbstbestimmung ablegen würden. Am höchsten Punkt des Denkmals werden die Besucher mit einem atemberaubenden Panoramablick auf die umliegende Landschaft belohnt. Von diesem erhabenen Aussichtspunkt aus kann man das Land betrachten, für das Wallace gekämpft hat. Die sanften Hügel und grünen Felder Zeugen von der Schönheit und der Widerstandsfähigkeit der schottischen Nation. Es ist hier, zwischen den flüsternden Winden und dem endlosen Himmel, dass der wahre Geist von William Wallace am stärksten gespürt werden kann, seine Erinnerung für immer in das Grundgestein des Landes, das er liebte, eingemeißelt. Filmischer Heldentum, die Hollywood-Legende von William Wallace in Braveheart. Als Mel Gibsons Braveheart im Jahr 1995 auf die Leinwand stürmte, führte es eine neue Generation in die mitreißende Geschichte von William Wallace ein, dem 13. Jahrhundert schottischen Helden, der einen unerbittlichen Kampf gegen die englische Unterdrückung führte. Der Film, unter der Regie von und mit Gibson in der Hauptrolle, fesselte das Publikum mit seinen spannenden Kampf-Szenen, mitreißender Musik und der bewegenden Darstellung eines Mannes, der nichts unversucht ließ, um die Freiheit seines Volkes zu sichern. Während der Film es jedoch schaffte, die Legende von Wallace zum Leben zu erwecken, nahm er auch zahlreiche kreative Freiheiten und wich in mehreren Schlüsselpunkten von der historischen Genauigkeit ab. Eine der bemerkenswertesten Diskrepanzen zwischen dem Film und der historischen Aufzeichnung ist die Darstellung von Wallaces Hintergrund und Erziehung. In Braveheart wird er als ein Gemeiner dargestellt, der aus bescheidenen Verhältnissen aufsteigt, um ein heroischer Anführer zu werden. In Wirklichkeit wurde Wallace in den niederen Adel hineingeboren und erhielt wahrscheinlich eine Ausbildung, die militärisches Training und möglicherweise sogar das Studium von Latein beinhaltete. Diese Ausbildung hätte Ian auf die Führungsrolle vorbereitet, die er später im Kampf um die schottische Unabhängigkeit übernehmen würde. Der Film nimmt sich auch Freiheiten bei der Darstellung von schlüsselhistorischen Figuren und Ereignissen. Zum Beispiel wird die Figur von Robert dem Bruce, gespielt von Angus McFadden, zunächst als Verräter an Wallace und als Verbündeter der Engländer dargestellt, bevor er letztlich einen Sinneswandel hat und sich der Sache der schottischen Unabhängigkeit anschließt. Während es wahr ist, dass Robert der Bruce letztlich ein Befürworter der schottischen Sache wurde, waren die tatsächlichen Ereignisse weit nuancierter und komplexer als die Filmhandlung nahelegt. Die romantische Nebenhandlung zwischen Wallace und Prinzessin Isabella von Frankreich, gespielt von Sophie Marceau, ist eine weitere bedeutende Abweichung von der historischen Wahrheit. Im Film führen die beiden Charaktere eine leidenschaftliche Liebesaffäre, wobei Isabella schließlich ihren Ehemann, den zukünftigen König Edward II., verrät, um Wallace in seinem Kampf gegen die englische Tyrannei zu unterstützen. Die Wahrheit ist jedoch, dass Isabella zur Zeit von Wallace's Hinrichtung erst ein Kind war und ihn wahrscheinlich nie getroffen hat. Diese fiktive Romanze dient als fesselndes, erzählerisches Mittel, ist aber völlig das Produkt der Vorstellungskraft der Filmemacher. Vielleicht ist die auffälligste historische Ungenauigkeit im Film die Darstellung der Schlacht von Stirling Bridge ein entscheidender Moment im Kampf Schottlands um Unabhängigkeit. In Braveheart wird die Schlacht als auf einem offenen Feld stattfindend dargestellt, wobei die beiden Armeen in einem heftigen Nahkampf aufeinanderprallen. In Wirklichkeit wurde die Schlacht auf und um eine schmale Holzbrücke herumgeführt, wobei Wallace und seine Truppen geschickte Taktiken einsetzten, um das größere englische Heer zu überlisten und zu besiegen. Diese strategische Brillanz fehlt weitgehend in der filmischen Version der Schlacht. Trotz dieser historischen Ungenauigkeiten bleibt Braveheart ein ikonischer und geliebter Film, der den Geist und die Entschlossenheit von William Wallace und dem schottischen Volk einfängt. Seine weiten Landschaften, kraftvollen Darbietungen und mitreißende Musik haben ihn in die Erinnerung von Kinogängern auf der ganzen Welt gebrannt. Auch wenn es keine genaue Nacherzählung der Ereignisse ist, die Wallaces Leben prägten, dient es als dauerhaftes Tribut an den Mann, dessen Legende Generationen von Schotten und Freiheitskämpfern gleichermaßen inspiriert hat. In diesem Sinne ist Braveheart sowohl ein filmisches Meisterwerk als auch ein Zeugnis für die Kraft des Geschichtenerzählens, den Geist der Vergangenheit am Leben zu halten, selbst wenn es die Wahrheit für den Dienst an einer größeren Erzählung biegt. Die ewige Flamme William Wallaces anhaltender Einfluss auf die schottische Kultur und Identität. Jahrhunderte nach seinem Tod durchdringt der Geist von William Wallace weiterhin das Herz und die Seele Schottlands. Ein Zeugnis für seine unerschütterliche Hingabe an die Sache der Freiheit und die unbeugsame Stärke des schottischen Charakters. Vom Bereich der Kunst und Literatur bis zum andauernden Kampf um politische Autonomie hat die Geschichte von Wallace die Geschichtsschreibung überschritten und ist ein bleibendes Symbol nationalen Stolzes und Durchhaltevermögens geworden. Wallaces Vermächtnis ist in dem reichen Teppich der schottischen Kunst zu finden, wo sein Bild in unzähligen Gemälden, Skulpturen und literarischen Werken unsterblich gemacht wurde. Ob es sich um die epische Poesie von Blind Harris der Wallace handelt oder um die atemberaubenden visuellen Darstellungen des Helden im Kampf, die Erzählung des schottischen Freiheitskämpfers, hat die Vorstellungskraft von Künstlern und Schriftstellern seit Generationen gefangen genommen. Durch diese kreativen Ausdrucksformen wird die Geschichte von Wallace weitergegeben. Eine lebendige Erinnerung an die gemachten Opfer und die geführten Kämpfe zur Sicherung der Rechte und Würde des schottischen Volkes. Der Einfluss von Wallaces Geschichte reicht weit über den Bereich der Kunst hinaus und dient als mächtiger Weckruf für politische Bewegungen und Forderungen nach größerer Autonomie innerhalb des Vereinigten Königreichs. Während Schottland mit den Komplexitäten seines Platzes in der modernen Welt ringt, dient die Erinnerung an Wallaces Kampf als Erinnerung an die Bedeutung für die eigenen Rechte einzustehen und eine starke, vereinte nationale Identität aufrecht zu erhalten. Politiker und Aktivisten aus dem gesamten politischen Spektrum haben den Namen Wallace in ihrer Suche nach einer helleren Zukunft für Schottland angerufen, ein Zeugnis für die anhaltende Kraft seiner Geschichte zu inspirieren und zu vereinen. Neben seiner Auswirkung auf Kunst und Politik wird die Erinnerung an William Wallace durch eine Reihe von jährlichen Gedenkveranstaltungen lebendig gehalten, die sein Leben und seine Taten feiern. Eine solche Veranstaltung ist die Feier des Wallace-Tages, die jedes Jahr am Jahrestag seiner Hinrichtung stattfindet. Dieser feierliche Anlass bringt Schotten aus allen Lebensbereichen zusammen, um der Opfer zu gedenken, die Wallace und seine Mitstreiter im Kampf um die Freiheit gebracht haben. Mit Reden, Nachstellungen und anderen Aktivitäten dient die Veranstaltung sowohl als Hommage an einen gefallenen Helden als auch als Erinnerung an den andauernden Kampf um Selbstbestimmung. Eine weitere jährliche Veranstaltung, die an Wallaces Erinnerung ehrt, sind die Lanark Lanimers, ein wochenlanges Festival, das in der Stadt Lanark abgehalten wird. Diese historische Feier geht bis in das 12. Jahrhundert zurück und beinhaltet eine Reihe von Veranstaltungen wie Paraden, Aufführungen und Wettkämpfe. Eines der Höhepunkte des Festivals ist der Wuppity Scurry, ein traditionelles Rennen, bei dem die Teilnehmer einen Wollknäuel durch die Straßen der Stadt jagen. Es wird gesagt, dass diese Veranstaltung den Moment ehrt, in dem Wallace den englischen Sheriff William Hazelrick in Lanark tötete, eine Handlung, die den Beginn seines Aufstandes gegen die englische Herrschaft markierte. Während die Sonne auf unserer Reise durch das außergewöhnliche Leben von William Wallace untergeht, werden wir an die unauslöschliche Spur erinnert, die er auf das Herz und die Seele Schottlands hinterlassen hat. Seine unerschütterliche Courage, seine unermüdliche Suche nach Freiheit und seine inspirierende Führung haben die Grenzen der Zeit überschritten, seinen Namen in die Geschichtsschreibung eingegraben, als ein Symbol für Widerstandskraft und Entschlossenheit. Danke, dass Sie uns auf dieser unglaublichen Reise durch das Leben und Vermächtnis von William Wallace begleitet haben, einem Mann, dessen Geist weiterhin durch die Zeiten Halt und Generationen von Schotten und Freiheitskämpfern gleichermaßen inspiriert. Und denken Sie daran, jeder Mensch stirbt, aber nicht jeder Mensch lebt wirklich. Also lassen Sie uns den Tag ergreifen, denn wir sind die Geschichtenerzähler unseres eigenen Lebens und es liegt an uns, unsere eigene epische Geschichte zu schreiben. Auf Wiedersehen, mutige Herzen, bis wir uns wieder auf den Schlachtfeldern der Geschichte treffen.